Ja, wiederholen mal. Das ist die Schussposition. Ich kann die überhaupt nicht wechseln. Oh, warte mal. Kann ich das? Ja, das kann ich. Oh, ist das heftig. Oh, ist das geil. Ich muss die Raketen abschießen. Oh, Mann. Das ist heftig. Oh, Maxi ist so gut selbst bedrucken, kann er solche Moves machen. Scheiße. Jetzt hab ich... Ah, es geht nur so. Egal, wird schon passen. Achso, wie ihr sicherlich gemerkt habt, mein Waffenrad funktioniert besser, weil ich habe meine alte Maus wieder dran gepackt. Ich bin ja gar nicht mehr an neuen... Alter, mit neuen alten. Das Problem bei der Sache jetzt ist, ich muss die Maus in der Bishop-Position halten. Wow. Bin ich tot? Nee, ich bin aber gefallen. Boah. Treffe ich den noch? Vielleicht. Oh, fuck. Der lebt noch. Der denn her. Der lebt ja immer noch. Die Waffen sind echt nicht sehr durchschlagskräftig. Boah, jetzt geht's doch nicht. Ne? Jetzt zerlegt sich echt alles. Oha, das war... Der Last Stand wieder. Ne, das war der letzte Gegner. Oh ja. Arm dran. Lieber Arm dran, als Arm ab. Dann gehen wir mal in den Shotgun. Ja, da lässt er sich wirklich fallen. Die großen kann ich nur direkt tragen. Dann geht's weiter. Das ist nicht die Tür. Ach, hier lang. Wow. Oh shit. Wie gesagt... Er hat nicht geschossen. Er hat viel zu spät geschossen. Ach, ach, komm schon. Was ist das für ein Speicherpunkt gewesen? Was ist das für ein Speicherpunkt gewesen? Das wird sehr vergleichbar. Das ist nicht wichtig. Wir haben die Frau von der Branche. Das war das, was wir hier... Sie spielen wie ich mich vorbeige. Er ist nicht fertig. Wir sind nicht weg. Wir sind nicht weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Ja, ja, ja. Oh, das ist die Gegner. Oh, das gibt's doch nicht. Guck mal, ich hab den Westen an! Was soll das denn? Wow, die anderen sind da links schon tot? Was ist das? Na, von mir aus. Oh, ne Uzi. Die nächste Uzi. Nein, keine Revolver, Uzi. Keiner ne Uzi dabei? Anscheinend nicht. Krieg doch eine! Mich verarschen? Egal. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wow, 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 wow. Oh, wer schießt? Der schießt. Oh, shit. Oh, shit. Ach so, ne. Er war trotzdem noch dabei. Ah, ne. Aber wenn ich auf Duel gehe, dann lässt er sie fallen. Ja, okay. Ja, okay. Jawohl. Ja, ich nutze. Da ist sie. Kann man's doch. Nein. So, jetzt haben wir's. Ja, ich nutze. Ja, ich nutze. Ja, ich nutze. Ich nutze. Ja, 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 ich nutze. Passos? Wo ist er? Ist er okay? Ich muss einen schnellen Versuch. Er ist okay. Er ist da. Oh, mein Gott. Es ist Kau. Kau! 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 Und ich mach' mit einem Whisky runterspülen, Mann! Der Kerl! Ich will es echt wissen. Wieso war überhaupt aus dem Glas drin? Das ist ein Rätsel. Boah. Hm? Hm? Ich weiß, dass du richtig bist, Marcelo. Es ist nicht so, dass ich nicht mehr Geld habe. Vater hat viel Geld gemacht. Wir haben immer noch einen Begriff. Wir alle wissen das. Aber wie es mich lohnt, ich sehe nicht, dass wir eine Wahl haben. Vielleicht, nachdem wir bezahlt haben, wir wissen, wer es gemacht hat. Wir haben sie... Wir alle wissen, was ich zu sagen. Wer denkt du, dass du deine Familie schützt? Haters! Wer kann das sagen? Das Leben in diesem Land ist nicht einfach. Du kannst das sehen. Ich habe versucht, zu tun, die richtige Arbeit zu machen, aber das ist nicht immer möglich. Natürlich habe ich einen Krieg gemacht. Aber ich habe auch viel Geld bezahlt. Ich habe keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich eine Streegange, die versucht, eine... Ich weiß nicht. Die Leute, ich weiß, haben versucht, diese Gruppe zu kommen. Kommandos Sombra. Sie sind nicht von den Favelas hierher. Sie sind mit dem Drugs. Nein. Was habe ich mit Drugs? Nichts. Alle Leute lieben Geld. Sie haben meine Frau zurück. Wir können die Geld nehmen. Huh. Ja. Schwerbe Waffner. Schwerbe Waffner. Schwerbe Waffner. Schwerbe Waffner, Schwerbe Waffner. Schwerbe Waffner. And iPad 5 lumière. לחschwerbe Waffner. Schwerbe Waffner. Cada dann boutique. Leider. Irgendwann schießt jemandy in der Übreri Leib in der Nummer nicht. Oh, shit. Oh, oh. Oh, shit. Die Armschlag hat er getroffen. Zum Anfang hab ich gedacht, eigentlich. Am Anfang hab ich gedacht, dass die Art von Zwischensequenzen nicht so gut sind wie die Comicstrips von den alten Max Pants, aber irgendwie sind die doch ganz gut. Die einzelnen Fenzern, die umschalten und sowas. Die Wörter, die dazu eingeblendet werden, ich find's eigentlich ganz geil. What? Komm rein, alles ist vorbei wahrscheinlich, ne? Oh, okay. Oh, okay. Looks like I missed all the fun. You see there, Grandpa? Come on. I'm getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba. Yeah, back to the good old days when I thought I might actually like this job. Dumb sport. Hey, careful, my friend. That's blasphemy in this town. You okay, bro? Never better. Whose idea was this anyway? Yeah, I wonder. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Here. Thank you. The paint, yeah, die sind... Die wirken schon gar nicht mehr, oder? Here we go. Normalerweise. Put the sleeve on, come on. Alright, don't be a pussy. So what now? We make sure that the right clowns get the money. What the hell you think that was? Try to get crash our little wine and cheese party. I have no idea. Yeah, this is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Huh. Anyone with access to high powered sniper rifles and train killers. That's pretty much everyone. Great. So what now, Einstein? Well, I guess we get this Commando Sombra their money. And make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana? She will not come back. She will not come back. She will not be ashamed of me. What the fuck, brother? But I believe not, that they want to hear along. Let's go, let's go. Let's go! Let's go, let's go! Come on. Gibt es irgendwas, das ich anschießen kann, wo er explodiert? Äh, nein. Ja, super. Oh, shit. Nein, ich habe keine Munition mehr. So. Boah. Aber verschwinde lieber keine Munition. Das. Ein paar Waffen aufsammeln. Duel, man. Duel. Nee, Shotgun bringt es irgendwie nicht, finde ich. Nimm mal diese Aufzüge. So gut at it. So gut at it. Good job. Just another day at the office, huh? You should have known, this would end well. Ah, didn't begin well. It was hardly a textbook hostage exchange. I guess I must have skipped that class. Okay, come on. Let's go. Bis zum nächsten Mal.